Preise in den USA steigen im Oktober um 6,2%. Die Teuerung in der weltgrößten Volkswirtschaft zieht an. Die US-Notenbank FED geht davon aus, dass die höhere Inflation vorübergehend ist und führt sie auf die Pandemie zurück. Hm. Bedeutung. Nur zeitweilig nur eine gewisse Zeit dauernd momentan. Das heißt also vorübergehend. Für die USA heißt das Open End, keine Ahnung was. Deswegen gehen wir gleich in den Bitcoin-Chart, reden über was, naja, nicht besseres, aber mal ein kurzer anderer Beginn, sag ich mal, zu den sonstigen Videos. Momentan traden wir bei ungefähr 64.900 US-Dollar. Wir hatten hier gestern nochmal einen ordentlichen Dump nach unten auf unserem Bereich bei ungefähr 62.000 US-Dollar. Wir haben ja gestern schon im Video darüber gesprochen, dass es möglich ist nochmal in den Bereich der 61.000, 62.000 US-Dollar zu kommen. Sah auch meiner Meinung nach bis zu diesem Pump hier. Deswegen habe ich das jetzt auch gerade mit der Inflation gezeigt, weil kaum kam die Inflations-News, sind wir nach oben gepumpt, haben ein neues All-Time-High bei ungefähr 69.200 US-Dollar erreicht. Dann war für mich das Ganze noch ein bisschen skeptisch, ob wir jetzt wirklich nochmal nach unten gehen. Problem war, das habe ich euch dann auch gestern in der Gruppe gepostet, wir hatten hier eine Bearish Divergence und wir haben sie weiterhin auf dem Daily. Das kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Switchen wir gleich mal um auf dem Daily. Wir haben hier auch immer noch eine Bearish Divergence. Ich ziehe das mal ein bisschen länger hier. Höheres hoch, tieferes Tief im Chart, Bearish Divergence. Also weiterhin ist noch ein bisschen, sage ich mal, Unsicherheit im Markt. Das haben wir hier auch gestern einfach gemerkt. Die 1 Stunden hat auf jeden Fall ausgespielt. Dann hatten wir natürlich nochmal die Evergrande News, die jetzt anscheinend fix sind, dass sie insolvent sind. Also ich denke, das wird, sage ich mal, bis Ende der Woche nochmal ein bisschen holprig werden, vor allem wie die Aktienmärkte etc. da noch anziehen. Halte ich das für möglich, dass wir wirklich nochmal tiefere Kurse sehen. Wie gesagt, wir haben hier weiterhin dieses CME Gap bei ungefähr 61.300 US-Dollar. Wir haben den 4 Stunden 200er SMA auch in diesem Bereich. Deswegen habe ich eigentlich eher damit gerechnet, okay, wenn wir jetzt runtergehen, gehen wir richtig hier in diese Zone hier beim 0786 auf Fibonacci Retracement Level. Andererseits können wir jetzt natürlich sagen, okay, wir haben jetzt die Bull Flag bestätigt. Wir haben unser ehemaliges Symmetrical Triangle hier nochmal bestätigt. Also momentan ist hier wirklich die Unsicherheit im Markt. Wir kommen auch gleich nochmal zu den Altcoins. Der RSI hat jetzt natürlich deutlich abgekühlt durch diesen kleinen Dumpets gestern. Also heute wäre ich wirklich vorsichtig mit dem Traden. Wir müssen uns das jetzt erstmal angucken. Klar, wir wurden stark aufgekauft, aber diese rote Candle hat auf jeden Fall mal Volumen in den Markt gebracht. War ich gestern schon gut. Wir hatten eine grüne, schöne Candle gehabt mit ordentlich Kaufvolumen und alles hat alles gepasst. Aber dann halt eben, wir haben eine Bearish Divergence gehabt etc. Alles, was ich gerade eben gesagt habe, dadurch sind wir jetzt nach unten gedumpt. Der Tag wird jetzt auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, mein Bitcoin-Trade läuft weiterhin. Orders habe ich ehrlich gesagt nicht gesetzt. Die waren hier unten noch ein bisschen tiefer. Also die wurden nicht ganz getriggert. Ich habe euch ja immer gesagt, wenn ich Orders setze, immer ein bisschen höher. Aber ich habe sie hier ungefähr bei 62.000 gehabt. Wir sind leider nicht dran gekommen. Aber gut. Mehr gibt es auch momentan zu Bitcoin nicht zu sagen. Wir müssen uns einfach im Blick gehalten. Wie gesagt, ich halte euch in der Telegram-Gruppe auf den Laufenden. Kommt gerne dazu. Link ist wie immer auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, traden zu lernen etc. kommt einfach in die Gruppe. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum läuft eigentlich immer noch gut. Wir sind hier gestern nochmal an den R1 reingekommen. Wieder rejected worden. Haben dann nochmal unseren Abtrend-Kanal nochmal angetestet, nachdem wir da jetzt gestern gedumpt sind. Also der hat auch super in diesen Dump als Support gehalten. Auch wenn das Volumen hier wirklich krass aufsteigend war. RSI hat abgekühlt. Wir hatten ja, wie ich gesagt habe, auch hier diese 4 Stunden Bearish Divergence. Die hat sich ja auch schon aufgestaut. Im Endeffekt, weil auch gestern so dieses Thema in der Gruppe war, diese Evergrande News mit dem Immobilienkonzern. Ja, die News waren schon 10 Stunden alt. Kein juckt es, wenn 10 Stunden später der Kurs dummt. Ihr müsst euch einfach merken, nicht die News machen den Kurs, der Kurs macht die News. Das müsst ihr euch immer mal ein bisschen hinterfragen. Also, wie gesagt, für mich passt das alles noch Chart-Analyse mäßig. Wir müssen heute jetzt wirklich achten, okay, wenn jetzt die Aktienmärkte komplett einbrechen, dann muss ich auch überlegen, okay, nehme ich vielleicht doch mal mehr Profite aus meinem Trade raus und dann gucken wir weiter. Aber momentan bleibt alles beim Alten. Gut, schauen wir uns Cardano an. Cardano bin ich auch weiterhin in meinem Trade. Wir sind hier genau wieder fast an den Trade Anfang gekommen. Ich habe meinen Stop-Loss hier am unteren Ende gehabt. Wir hatten gestern noch ordentlich Profite eingefahren. Oder war es gestern? Ja, gestern auch. Habe ich auch Profite, glaube ich, genommen. Habe ich euch auch in die Gruppe gepostet. Momentan sind wir jetzt wieder über diesen wichtigen Monthfield Pivot gekommen, was extrem wichtig ist. Hier unten war einfach wieder eine geile Long-Trade-Möglichkeit, sage ich mal. Diese Zone hat schon ewig gehalten. Wir sind hier immer wieder, waren hier Möglichkeiten, Long zu gehen oder nachzukaufen für Spot- oder HODL-Portfolie. Jetzt müssen wir auch hier schauen, wie es weitergeht. Momentan kämpfen wir hier mit dem 200er SMA. Wäre extrem wichtig, dass wir den jetzt halten können. Also bullisch ist auf jeden Fall schon mal, dass wir den Monthfield Pivot gehalten haben. Momentan drüber sind. Jetzt wäre es noch wichtig, hier über diesen 200er SMA zu kommen. So, Elrond. Also ihr seht, die Kurse erholen sich wieder. Also wir hatten hier einen extremen Pump auf 288 US-Dollar. Jetzt stehen wir schon wieder fast hier kurz vor dem neuen hoch. Also das war einfach gestern. Momentan sieht das alles wieder so ein bisschen nach Stop-Loss-Hunting aus. Wir kriegen bei Bitcoin auch, wenn wir sehen, wir haben immer ein neues All-Time-High bei Ethereum mit 100, 200, 1000 Dollar vielleicht, wo wir einfach mal ein bisschen drüber gehen und sofort abverkauft werden. Das Funding steigt dann extrem. Die Longs werden gekillt und sofort sind wir wieder auf dem neuen hoch. Also momentan, ich warte noch auf diese richtig krassen Pumps nach oben, weil das werden dann genau die Leute sein, die werden jetzt drei, viermal aus dem Markt gekickt und dann denken sie, ich gehe jetzt da nicht mehr rein, wir werden eh wieder rejected. Und genau dann ist der Moment, wo wir einfach nach oben hitten. Gut, haben wir noch Dogecoin. Dogecoin wurde ehrlich gesagt meine Position, habe ich euch vorhin auch in die Gruppe gepostet, liquidiert. Aber ich habe euch auch dauernd gesagt, ich habe hier unten noch Orders, weil früher oder später werden solche Voids immer gerne gefüllt. Deswegen habe ich meine Order hier reingelegt. Ich habe sie bei 0,24,7 irgendwo hier in dem Bereich, habe ich sie auf jeden Fall dringend gehabt, Stop-Loss da drunter. Also neue Dogecoin-Trade läuft auf jeden Fall. Und solche Voids muss man einfach nutzen. Die werden früher oder später, werden sie sowieso gefüllt. Deswegen waren meine Orders da noch unten drin. Was haben wir noch? Solana. Solana hat unseren Bereich hier durchbrochen, auch wegen dem Dump. Deswegen können wir den jetzt auch mal durchnehmen. Sind bis auf 217 US-Dollar gefallen. Eigentlich habe ich ja gemeint, okay, wenn, dann gehen wir auf 200 US-Dollar. Aber Support hat hier doch noch gehalten. Hier dieses letzte Hoch bei ungefähr 217 US-Dollar, wie gesagt. Aber Solana trade ich auch momentan überhaupt nicht. Ist mir einfach alles zu volatil noch ein bisschen. Schauen wir uns B&B an. B&B läuft mein Trade sogar noch. Stop-Loss ist hier unter dieser Box gewesen. Bei 441 habe ich euch auch in die Gruppe gepostet. Also der läuft auf jeden Fall noch. Da mache ich auch erstmal nichts dran. Größte Teil der Position ist sowieso draußen. V-Chain. Ja, war klar, dass wir hier beim R2 ein deutlicher Problem haben werden als beim R1. Wir sind drüber gekommen. Wieder drunter haben es nochmal versucht und deutlich rejected dann worden. Wichtig ist es auch hier, dass wir vielleicht erstmal ein bisschen konsolidieren um den Monats-Pivot R1. Einfach um hier mal ein bisschen Support aufzubauen. Und sonst sehe ich hier auch nichts wirklich. XRP hatte gestern auch nochmal ein Dump auf 1,11 Dollar. Hat uns aber natürlich nichts ausgemacht, weil wir hatten unseren Trade hier unten eröffnet beim 200er SMA. Oder ich glaube hier unten sogar schon. Also da bin ich auch weiterhin in meinen Trades drin. Ich vermute, dass ich diese, vor allem, wir haben ja jetzt ein Void, habe ich euch ja schon mal erklärt. Hat zwei Seiten. Einerseits diese krassen Abverkäufe, sage ich mal, wenn wir vorher eine krasse Candle nach oben hatten. Aber es kann genauso andersrum sein. Wir können eine krasse Abverkaufs-Candle haben. Dadurch haben wir auch keinen Widerstand dazwischen. Das heißt, die Kurse können sich jetzt auch theoretisch relativ schnell hier nach oben erholen. Ohne viel Volumen. Also müssen wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Dann haben wir noch Polkadot. Polkadot. Vier-Stunden-Chart. Wir sind hier perfekt. Die Demand habe ich gar nicht eingezeichnet. Wir haben hier nochmal eine kleine Vier-Stunden-Demand-Zone. Perfekt getroffen. Ich habe es nicht getradet. Ganz ehrlich, ich habe sowieso noch zu viele Trades offen. Aber wie gesagt, wenn ihr Altcoin-Wünsche habt, schreibt es einfach gerne in die Gruppe. Polkadot war zum Beispiel im Wunsch, weil ich das die letzten Videos nicht gebracht habe. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Oder in die Gruppe halt, wenn ich irgendwas analysieren soll. Aber momentan, Polkadot hat sich gut erholt. Bisschen auf einen Dip auf 42 US-Dollar. Und jetzt sind wir auch schon wieder über 10% nach oben gestiegen. Also momentan sieht das wirklich alles gut aus. Wichtig bei Polkadot ist mir jetzt persönlich, dass wir hier über diesen R1 kommen auf jeden Fall bei ungefähr 49 bis 50 US-Dollar. Wenn wir den Bereich knacken, dann bitte auch eine Bestätigung. Hier haben wir es ja fast geschafft. Dann hatten wir aber dieses Doppeltop. Können wir mal schauen, ob es vom Preisziel her sogar gepasst hätte. Ja, circa. Also Preisziel auf jeden Fall erreicht von dem Doppeltop. Somit ist das auch mal invalide. Jetzt kann es auf jeden Fall wieder nach oben gehen. Volumen war ja auch relativ abfallend hier die letzten Tage. 4 Stunden RSI unter 30 ist immer ein Kaufsignal. Also da, vor allem für Spot oder auch zum Traden, ist das immer ein gutes Signal, wenn der RSI so tief ist. Also Polkadot bin ich jetzt erstmal bullisch gestimmt, dass wir hier wirklich mal unser erstes Preisziel bei 57 US-Dollar erreichen. Müssen wir mal schauen. Was haben wir noch? Also Algorand, gestern ordentlich einen Push nach oben und dann genauso schnell wieder gedammt. Aber auf den 200er SMA. Ihr seht, diese 200er SMA knallen richtig momentan. Auch mit Unterstützung von dem Pivot. Also das sind geschenkte Trades. Ich habe es zwar nicht getradet, aber auch weil ich Algorand jetzt nicht so auf dem Schirm hatte. Aber ihr seht, momentan es klappt einfach. Müssen wir mal schauen, wie lange. Juni-Swap haben wir auch noch. Bin ich auch noch in meinem Trade drin. Hier warte ich auch ehrlich gesagt noch. Wir sind hier kurz ausgebrochen. Dann kam der Bitcoin-Abverkauf. Wir sind sofort wieder drunter. Also hier erwarte ich auf jeden Fall mindestens noch einen Push in Richtung 33 US-Dollar. Deswegen bleibt der Trade auch noch offen. Was haben wir noch? IOTA. Weiterhin hier in unserer Riesen-Range auch hier unten wieder eine Möglichkeit, einen Long-Trade aufzumachen. Ich habe es nicht gemacht. Wie gesagt, zu viel offen. Aber ihr seht, diese Range klappt eigentlich die ganze Zeit schon. Immer wieder theoretisch hier unten long zu gehen, oben Profite zu nehmen oder zu schließen, wie man will. Aber es klappt einfach auch hier der RSI deutlich weiter unten. Also für mich sieht das alles nach einer gewollten Korrektur aus, einer kurzfristigen. Einfach um wieder Long-Trades aus dem Markt zu schütteln und jetzt einfach deutlich anzusteigen. So, dann hat sich noch jemand Chilis gewünscht. Gucken wir uns das auch mal ganz kurz an. Auch hier Seitwärts-Trend, was mir nicht gefällt. Wir haben hier diese krassen Abverkaufskerzen von oben. Also immer wieder, sobald wir hier in unsere Widerstandszone kommen, sofort wieder Abverkauf. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Auch hier wäre es mir lieber, wenn wir noch ein bisschen konsolidieren vielleicht nach so einem krassen Pump. Und dann so langsam mal ein Chart-Battern ausbilden. Beziehungsweise eine Bullish-Divergence etc. Irgendwas, wo man traden kann. Aber momentan ist das auch für mich No-Trade-Area. So, Shiba. Hat sich erstaunlich gut gehalten. Aber auch hier, wir sind unter das Golden Pocket gefallen. Knapp an den 200er SMA. Also hier funktioniert es noch nicht so bei den Meme-Coins. Müssen wir mal schauen. Ich habe es nicht mitgenommen. Ich habe mir ein bisschen, vor allem in den letzten Tagen, ein bisschen Shiba gekauft für mein HODL-Portfolio. Einfach mal aus Spaß. Müssen wir mal gucken, wo sich das entwickelt. Aber gut. So, News gibt es momentan keine. Wenn es welche gibt, ich werde es euch in die Gruppe später posten. Wenn es irgendwas Spannendes gibt, sofort auf den Laufenden halten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir immer einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar unter das Video, einfach um den Algo zu kicken, sage ich mal. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, um mich zu unterstützen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Wie immer, morgen früh. Gleiche Uhrzeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Einen guten Morgen noch. Habe ich, glaube ich, vorhin ganz vergessen. Und wie immer, stay crypto.